Also ich tritt die Dinger raus. Das ist dann aber auch jetzt die letzte dann. Was würdest du? Die letzte Place würde ich weglassen. Warum? Einfach so, alles verloren. Ja und? Man kann nicht immer alles gewinnen. Hau ab. Ich bin durch die Mitte gerannt alle, war ja so klar. Ja gut, dass du keinen tötest, aber einfach. Ja, genau. Ah, dann komme ich von... Ah, das gibt es nicht. Alter. No way. Alter. Oh, was ist denn das? Ja, klar. Ja, die kommt von nichts. Ja, ja. Und von links auch. La 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 la. Ah, schade, schade, schade. schade schade ja ich schieße mir den Kopf wenn du sprüllst weißt du wow nein kommt hier rein hab ich doch wieder oh hehehe hehehe oh geil ohhh auf den Kopf gezielt also ich sag halt er hat ein Dings an ein Bot an hey der der dieser komische Arab oder ne hier ne hier sexy Courage du Courag oder wie auch immer ja 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 komm ja komm ja komm ja jetzt bin ich's jetzt bin ich's alter ich flipp gleich aus jawoll ich flipp gleich aus jawoll ich bin besser als Superhead ich bin besser fuck you